Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen zu der allerersten Folge unseres Heinrich-Heine-Podcasts. Heute erzählen wir euch von Heines Leben und seinen herausragenden Werken. Geboren wird er am 13. Dezember im Jahre 1797 als Harry Heine. Sein Geburtsort ist Düsseldorf und zwar, um ganz genau zu sein, in der Bolkerstraße in dem Haus mit der heutigen Hausnummer 53. Harry Heine wächst als Ältester von insgesamt vier Kindern auf. Seine Mutter Betty, geborene von Geldern, stammt aus einer jüdischen und alteingesessenen Arztfamilie. Von ihr wird Heine eher aufgeklärt liberal erzogen, statt jüdisch-orthodox. Heines Vater übt selbstständig den Beruf des Textilkaufmanns aus. Leider eher schlecht als recht, was auch der Grund dafür ist, dass er sein Geschäft in Düsseldorf irgendwann nicht mehr halten kann und Harry Heines Eltern somit häufig finanziell sehr schlecht aufgestellt sind. Trotzdem behält Heine seinen immer gut gelaunten und fröhlichen Vater nur in bester Erinnerung. Er war von allen Menschen derjenige, den ich am meisten geliebt. Harry Heine besucht im Alter von drei bis sechs Jahren zuerst die jüdische Kinderschule, dann eine jüdische Privatschule. Im Anschluss daran ist er zwei Jahre lang Schüler der Volksschule und mit 13 tritt er ins Düsseldorfer Lyzeum ein. Leider verlässt Heine diese Schule als 17-Jähriger ohne Reifezeugnis. Trotz allem bleibt ihm aber gerade die Vorbereitungsklasse des Lyzeums unter Leitung des Rektors Schallmeier in guter Erinnerung. Aus den frühsten Anfängen erklären sich die spätesten Entscheidungen. Es ist gewiss bedeutsam, dass mir bereits in meinem 13. Lebensjahr alle Systeme der freien Denker vorgetragen wurden, Die Juden Düsseldorf, zu denen auch Familie Heine gehört, kommen in den Genuss der bürgerlichen Gleichstellung, da Düsseldorf unter französischer Besatzung steht. Heine bestaunt 1811 als Augenzeuge den triophalen Einzug Napoleons, was für ihn eine weitere sehr prägende Begebenheit darstellt. Harry Heines Napoleon-Begeisterung wurzelt an dieser Stelle. Der Niedergang des Imperators und der damit verbundene Umstand, dass die Gleichstellung der Juden rückgängig gemacht wird, ist der Beginn seines Preußenhasses, denn seit 1815 gehört das Rheinland zu Preußen. Harry Heine fühlt sich schon zu Schulzeiten durch judenfeindliche Kränkungen in eine Außenseiterposition gedrängt. Seine erste amoröse Erfahrung macht er im Alter von ungefähr 16, kurz vor seinem Schulabgang mit einem Mädchen, das durch ihre uneheliche Geburt für die Gesellschaft ebenso stigmatisiert zu sein scheint. Bis Harry Heine endlich seiner eigentlichen literarischen Bestimmung nachgehen kann, folgen eine Reihe Unternehmungen seiner Eltern, die ihren Sohn als Kaufmann und nicht etwa als Schriftsteller oder Poeten sehen wollen. Trotz mangelndem Interesse an Finanzgeschäften wird er als Lehrling zu seinem sehr vermögenden Onkel Salomon nach Hamburg geschickt, der dort ein Bankhaus betreibt. Das extra für Harry eingerichtete Kommissionsgeschäft muss jedoch nur nach wenigen Monaten wegen drohendem Bankrott liquidiert werden. Einschneidend ist außerdem, dass sich Heine vor Ort in seine Cousine Amalie verliebt. Eine unglückliche Liebe, die Harry Heine jedoch anfangen lässt, seinen Schmerz in Gedichten auszudrücken. Mit 21 Jahren beginnt Heinrich Heine ein von seinem Onkel Salomon finanziertes Jurastudium in Bonn. Die nächsten Lebensjahre des jungen Heine sind geprägt von zahlreichen Ortswechseln, von Göttingen über Berlin mit vielen Städtereisen. Harry Heine legt mehr Wert auf einen großen und interessanten Bekanntenkreis und vor allem auf seine anfängliche schriftstellerische Tätigkeit als auf sein Studium. Im Jahre 1823 veröffentlicht Heine sein Werk »Tragödien nebst einem lyrischen Intermezzo«, darin beispielsweise seine bekannte Tragödie Al-Mansor, sowie ein Jahr später 33 Gedichte. Eine weitere Unterbrechung seines Jurastudiums ist im Jahre 1825 zu verzeichnen. Harry Heine nimmt, wohlgemerkt nur über einen kurzen Zeitraum, Religionsunterricht und konvertiert mit dem Taufnamen Heinrich Heine zum Protestantismus. Es war weniger die religiöse Überzeugung als die zu der Zeit herrschende und für ihn hoffnungsvolle jüdische Assimilierungsbewegung, die ihn zu diesem Schritt verleitet. Der Taufzettel ist das Entree-Billet zur europäischen Kultur. Im weiteren Fortgang des Jahres 1825 promoviert Harry jetzt Heinrich Heine. Seine Reisebilder aus der vorher unternommenen Fußreise durch den Harz dienen als literarischer Stoff für seinen ersten Band »Reisebilder«, erster Teil, die Harzreise. Im Allgemeinen werden die Bewohner Göttinens eingeteilt in Studenten, Professoren, Philister und Vieh, welche vier Stände doch nichts weniger als streng geschieden sind. Der Viehstand ist der bedeutendste. Die Namen aller Studenten und aller ordentlichen und unordentlichen Professoren hierher zu zählen, wäre zu weitläufig. Auch sind mir in diesem Augenblick nicht alle Studentennamen im Gedächtnisse. Und unter den Professoren sind manche, die noch gar keinen Namen haben. Kaum ein Jahr später wird Reisebilder zweiter Teil, die Nordsee und im Anschluss an eine Englandreise der Lyrikband »Buch der Lieder«, ein besonders herausragendes Werk, Heinrich Heines veröffentlicht. Zwar sind von den insgesamt 237 Gedichten nur acht neue und unveröffentlichte dabei, doch der große Erfolg des Buchs der Lieder gibt dem Autoren recht. Anfangs wollte ich fast verzagen, und ich glaubte, ich trüge es nie. Und ich habe es doch getragen, aber frag mich nur nicht, wie. Heinrich Heines Versuch, in München im Jahre 1828 eine außerordentliche Professur zu erhalten, scheitert. Der Grund dafür ist wohl, dass konservative Kreise dies zu verhindern gewusst haben. Deutlich wird an dieser Stelle, dass selbst die Konvertierung Heine nicht vor Ablehnung aufgrund seiner jüdischen Herkunft stützt. Im Dezember 1829 erfährt er vom Tod seines Vaters Samson und etwa ein halbes Jahr später erreicht ihn die Nachricht der Julirevolution in Paris. Zu diesem Zeitpunkt ist Heinrich Heine 32 Jahre alt. Im Sommer 1831 zieht es Heine nach Paris, wo er viele berühmte Persönlichkeiten seiner Zeit, wie die Musiker Chopin liest oder den Autoren Balzac kennenlernt. Eine besondere Freundschaft verbindet ihn mit dem Literaturkritiker Ludwig Börne, der später vom Freund zum Gegner wird. Heine fühlt sich wohl in seiner neuen Wahlheimat Paris und seinem neuen Bekanntenkreis inmitten berühmter Franzosen. Fragt sie jemand, wie ich mich hier befinde, so sagen sie, wie ein Fisch im Wasser, oder vielmehr sagen sie den Leuten, dass wenn im Meere ein Fisch den anderen nach seinem Befinden fragt, so antwortet dieser, ich befinde mich wie Heine in Paris. Beruflich beginnt Heine in Paris eine Korrespondententätigkeit für die auflagenstärkste deutsche Zeitung, die Augsburger Allgemeine. Heine schreibt eine Artikelserie, berichtet über gesellschaftliche oder politische Ereignisse, unter anderem über die Gemäldeausstellung in seiner neuen Heimatstadt Paris. Heine sucht in dieser Zeit Kontakt zu der frühsozialistischen Bewegung der Saint-Simonisten, deren Ansichten ihn interessieren. Beruflich bleiben auch Heines Texte und Artikel nicht von den deutschen Zensurbehörden verschont, was den Autor grundlegend stört. Er hält die Zensurmaßnahmen für eine Ideengillotine. Unter dem Titel »Französische Zustände« werden Heines Artikel nach Abbruch seiner Korrespondententätigkeit als Buch veröffentlicht. Die Zensierung seiner Vorrede verärgert den Schriftsteller. Lieber Gott, was soll das erst geben, wenn ich mal dem freien Herzen erlaube, in entfesselter Rede sich ganz frei auszusprechen? Im Jahr 1833 folgen Heines Werke zur Geschichte der neuen schönen Literatur in Deutschland und De la France, in denen er sich selbst in der Vermittlerrolle zwischen seiner alten Heimat Deutschland und seiner neuen Heimat Frankreich versteht. Außerdem veröffentlicht Heine im gleichen Jahr »Der Salon« und den Gedichtzyklus »Verschiedene«. Privat findet Heinrich Heine sein Glück mit Augustin Christenz Mirat, Mathilde genannt, die er 1834 kennen und lieben lernt. Mathilde spricht kein Wort Deutsch und weiß nichts über Heines literarische Bedeutung, was die Liebe des Paares aber keineswegs gefährdet. Im Jahr 1835 veröffentlicht Heine »Der Salon Band 2« und »Die romantische Schule«. Im Dezember dann ein herber Rückschlag. Aus dem Beschluss der Deutschen Bundesversammlung gegen das junge Deutschland folgt ein Publikationsverbot für Heine in Deutschland, woraufhin in Preußen sämtliche Schriften des Literaten verboten werden. Heinrich Heine reagiert daraufhin mit seinem offenen Protestbrief an die Deutsche Bundesversammlung, der unter anderem in der Augsburger Allgemeinen Zeitung abgedruckt wird. Mit tiefer Betrübnis erfüllt mich der Beschluss, den Sie in Ihrer 31. Sitzung von 1835 gefasst haben. Ich gestehe Ihnen, meine Herren, zu dieser Betrübnis gesellt sich auch die höchste Verwunderung. Sie haben mich angeklagt, gerichtet und verurteilt, ohne dass Sie mich weder mündlich noch schriftlich vernommen, ohne dass jemand mit meiner Verteidigung beauftragt wurden, ohne dass irgendeine Ladung an mich ergangen. 1837 verschlechtert sich Heines Gesundheitszustand. Sein jahrelanges Augenleiden beginnt, noch bevor er ein Jahr später der Schwabenspiegel veröffentlicht. Auch finanziell ist es für Heine häufig schwierig. Das Leben in Paris ist teuer, publizistische und literarische Arbeit oft schlecht bezahlt. Doch das Blatt wendet sich. Ab 1839 erhält Heine eine Jahresrente seines Onkels Salomon in Höhe von 4.000 Francs und ein Jahr später eine weitere Jahrespension aus dem Geheimfonds des französischen Außenministeriums. Heine veröffentlicht auch weiterhin Korrespondentenberichte für die Allgemeine Zeitung. 1840 folgt der mittlerweile vierte Band von der Salon. Seine Veröffentlichung Ludwig Börne, eine Denkschrift, über seinen bereits verstorbenen früheren Freund und späteren Gegner, sorgt für Aufregung bei Börnes Anhängern. Der Literaturkritiker warf Heine zu Lebzeiten unter anderem Charakterlosigkeit vor. Im August 1841 heiratet Heinrich Heine schließlich seine langjährige Lebensgefährtin Mathilde in Paris, um sie rechtlich abzusichern. Im gleichen Jahr wird Heine bei einem Duell mit Salomon Strauss, dem Ehemann von Börnes Freundin, durch einen Streifschuss an der Hüfte verletzt, da Heine auch Strauss und seine Ehefrau im Buch über Börne öffentlich verleumdet. Nach der Veröffentlichung von Atatroll unternimmt der Mit-40er Heine 1843 nach zwölf Jahren Abwesenheit seine berühmte Deutschlandreise über Münster, Osnabrück, Bremen, Hamburg, Zelle, Hannover, Bückeburg, Minden, Unna, Hagen, Köln und Aachen zurück nach Paris. Denke ich an Deutschland in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht. Neben dem Besuch seiner kranken Mutter steht für Heine auch ein Treffen mit seinem Verleger Kampa auf dem Programm. Mit dem er den Vertrag über eine Gesamtausgabe aushandelt. Nur ein Jahr später zieht es Heinrich Heine ein weiteres Mal in seine deutsche Heimat. Mit dem Dampfschiff reist er 1844 nach Hamburg und veröffentlicht wenig später Deutschland, ein Wintermärchen. Im traurigen Monat November war's, die Tage wurden trüber, der Wind riss von den Bäumen das Laub, da reist ich nach Deutschland hinüber. Und als ich an die Grenze kam, da fühlte ich ein stärkeres Klopfen. In meiner Brust, ich glaube sogar, die Augen beginnen zu tropfen. Und als ich die deutsche Sprache vernahm, da ward mir seltsam zumute. Ich meinte nicht anders, als ob das Herz recht angenehm verblute. Gesundheitlich geht es für Heine bergab. Seine Krankheit schreitet immer mehr voran. Er leidet unter Schmerzen, Lähmungen und Krämpfen. Nach dem Tod seines Onkels Salomon entbrennt außerdem ein Erbschaftsstreit zwischen Heinrich Heine und Salomons Sohn Karl, der den Kranken zusätzliche Kraft kostet. Der Verrat, der im Schoße der Familie, wo ich waffenlos und vertrauend war, an mir verübt wurde, hat mich wie ein Blitz aus heiterer Luft getroffen und fast tödlich beschädigt. Erst 1847 besucht Karl Heine seinen kranken Cousin in Paris und legt den Erbschaftsstreit bei. In den Jahren 1845 und 1846 hält sich Heinrich Heine in Montmorenzi auf. Er veröffentlicht Atatroll, ein Sommernachtstraum, und das Gedicht Die schlesischen Weber, in dem er die ausgebeuteten Weber und ihren niedergeschlagenen Aufstand in Peterswalde thematisiert. Im düstern Auge keine Träne, sie sitzen am Webstuhl und fletschen die Zähne. Deutschland, wir weben dein Leichentuch, wir weben hinein den dreifachen Fluch. Wir weben, wir weben. Heines Krankheitssymptome verschlimmern sich immer mehr. Das starke Augenleiden, die Krämpfe und die Lähmungen führen ihn dazu, Hilfe durch Sekretäre zu beanspruchen. Die starken Schmerzen müssen teilweise durch Morphium behandelt werden. Heines geistiger Zustand ist nicht Teil seines körperlichen Zerfalls. Welche Krankheit Heine so zusetzt, ist unklar. Doch der Arzt und Neurologe Roland Schiffer diagnostiziert eine chronisch-syphilitische Meningitis, die sich an der Schädelbasis und im Rückenmarkskanal immer weiter ausgebreitet und die dort entlangziehenden Nerven zerstört hat. 1848 ist Heine zeitweilig in einer Klinik untergebracht. Nach einem Besuch in seiner Wohnung wird er auf dem Rückweg zur Klinik Augenzeuge blutiger Revolutionskämpfe. 50 Menschen kamen dabei ums Leben. Für Heine ist klar. Aber ach, jeder Zoll, den die Menschheit weiterrückt, kostet Ströme Blutes. Und ist das nicht etwas zu teuer? Ist das Leben des Individuums nicht vielleicht ebenso viel wert, wie das des ganzen Geschlechtes? Denn jeder einzelne Mensch ist schon eine Welt, die mit ihm geboren wird und mit ihm stirbt. Unter jedem Grabstein liegt eine Weltgeschichte. Im Mai 1848 bricht Heine im Louvre zu Füßen der Venus von Milo zusammen. Von nun an ist er für seine letzten acht Lebensjahre an sein Bett gefesselt. Er selber nennt es die Matratzengruft. Meine Lebenslust ist wie das Gespenst einer zärtlichen Nonne in alten Klostermauern. Sie spukt noch bisweilen in den Ruinen meines Ich. Er erhält einigen Besuch von Bekannten, wie zum Beispiel von dem Verleger Julius Kampe, aber auch von seinen Geschwistern. Eine Besucherin nimmt in Heines letzten Lebensjahren eine besondere Bedeutung ein. Elise Krenitz ist der Name der 27 Jahre alten Frau. Sie sucht Heines Nähe und auch Heine entwickelt eine Zuneigung für sie. Sie liest ihm vor, erledigt Schreibarbeiten und er, er liebt sie, notgedrungen nur platonisch. Sie war auch seine Inspiration zu seiner letzten Liebeslirik. Seine Frau Mathilde duldet ihr Verhältnis schweigend. Trotz seiner körperlichen Schwäche stellt er noch einige Werke fertig, zum Beispiel seine autobiografischen Geständnisse und die großen Gedichtbände, Romancero und Gedichte. Heine ist durch die vergangenen Ereignisse, wie das blutige Ende der 48er Revolution, in Frankreich enttäuscht, Auch dass in Deutschland doch keine demokratische Umstrukturierung ausbleibt, betrübt ihn sehr. Heines Denken verändert sich. Er beginnt, die Bibel intensiv zu lesen. Für ihn als Schwerkranken wird sie zur Hausapotheke der Menschheit. Er erklärt, dass er durch die Bibel zu Gott gefunden hat. Mit Fug nennt man diese auch die Heilige Schrift. Wer seinen Gott verloren hat, der kann ihn in diesem Buche wiederfinden. Und wer ihn nie gekannt, dem weht hier entgegen der Odem des göttlichen Wortes. Um Missverständnisse zu vermeiden, betont Heine, dass er weder durch die Kirche noch durch die Synagoge seinen Weg zu Gott gefunden hat. Ich habe mich selbst bei ihm eingeführt und er hat mich gut aufgenommen. Seine spätere Religiosität ist eine komplexe Mischung aus Zweifel und Verzweiflung, nach Sehnsucht, nach Leben und Bereitschaft zum Tod. Nichtsdestotrotz bekennt er sich zum Judentum. Es beschäftigt ihn nicht direkt die Religion, sondern die Leidensgeschichte des jüdischen Volkes. Auch beim Lesen in dem Gedichtband Geständnisse kann man sein emotionales Zugehörigkeitsgefühl spüren. Ich habe sie seitdem besser würdigen gelernt. Und wenn nicht jeder Geburtsstolz bei den Kämpfen der Revolution und ihrer demokratischen Prinzipien ein närrischer Widerspruch wäre, so könnte der Schreiber dieser Blätter stolz darauf sein, dass seine Ahnen dem edlen Hause Israel angehörten und dass diese auf allen Schlachtfeldern des Gedankens gekämpft und gelitten haben. Heine hält trotzdem in seinem Testament fest, dass an seinem Grab keine religiöse Zeremonie stattfinden soll. An einem Sonntagmorgen, den 17. Februar 1856, stirbt Heine im Alter von 58 Jahren. Er wünschte sich, auf dem Pariser Friedhof Montmartre beerdigt zu werden, da er sich in diesem Viertel und bei diesen Menschen immer wohlgefühlt hatte. Und so wird er drei Tage nach seinem Tod am 20. Februar 1856 auf Montmartre beigesetzt. Ich habe nie großen Wert gelegt auf Dichterruhm und ob man meine Lieder preist oder tadelt. Es kümmert mich wenig. Aber ein Schwert sollt ihr mir auf den Sarg legen, denn ich war ein braver Soldat im Befreiungskrieg der Menschheit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017